Professor Stefan Fröhlich ist bei uns im Studio. Schönen guten Abend, Herr Professor Fröhlich. Sie haben sich das jetzt auch zum Teil mit anhören können, was Olaf Scholz zu seinem Treffen zu sagen hatte. Das war nicht viel Substantielles. Wir hatten so ein bisschen ja die Erwartung, dass da irgendwie eventuell bei dem Treffen neue Entscheidungen fallen in Sachen Unterstützung. Aber diese Erwartung war wohl zu hoch gegriffen, oder? Ja, also ich meine, es ist, glaube ich, so im Vorfeld etwas, ja, ich will nicht sagen, zu hoch gehängt worden. Aber die Hoffnungen und die Erwartungen, die damit, muss ich sagen, verbunden waren, die muss man schon richtig und realistisch einordnen. Das ist ganz klar. Also der Kanzler wird hier nicht den großen Unterschied machen können. Diese Reise ist wichtig zu dem jetzigen Zeitpunkt. Es ist so ein bisschen hier im Vorfeld angeklungen. Jetzt ist sozusagen der Kanzler, jetzt treibt er die Amerikaner voran oder jetzt treiben wir die Amerikaner voran. So einfach geht das natürlich erst mal nicht. Zum einen, man muss den Präsidenten ja nicht überzeugen. Wir wissen um die schwierige Lage im Moment im Land und im Kongress. Der Kongress muss überzeugt werden. Und die Republikaner vor allen Dingen müssen überzeugt werden, aufgrund der Mehrheitsverhältnisse, die wir im Kongress haben. Und das ist ein sehr schwieriges Unterfangen. Und ich glaube, aus diesem ganzen Besuch spricht auch so ein Stück weit natürlich, ich will nicht sagen, eine Verzweiflung, aber die Erkenntnis, die gar nicht früh genug in diesem kritischen Wahljahr natürlich reifen kann und sollte, dass die Europäer wirklich sich darauf einstellen müssen, dass unabhängig davon, was jetzt im November passiert, auch jetzt schon im Vorfeld, wir sehen die Schwierigkeiten, die Biden hat, dieses Paket durchzubekommen, dass auf Amerika tatsächlich wir uns nicht in der Form verlassen können, wie wir uns das vielleicht erwünschen würden oder wünschen würden. Die Europäer haben ja ein bisschen daraus schon ihre Konsequenz gezogen. Immerhin haben wir ein 52-Milliarden-Paket jetzt durchbekommen, bekanntermaßen unlängst. Das ist wichtig, aber das ist ein Vier-Jahres-Paket. Das darf man nicht vergessen. Also die Summe wird auch jetzt so ein bisschen, ich hätte fast schon gesagt, gehypt. Und das ist schon erheblich. Und die Bundesrepublik leistet einen erheblichen Anteil. Aber das Entscheidende, vor allen Dingen mit Blick auf das Material, die Ausrüstung, die Versorgung der Ukraine, da tut es nach wie vor und da hat es nach wie vor Not. Und da müssen wir nachschieben. Und das müssen im Moment vor allen Dingen die Europäer. Sie betonen ja die Probleme, die es gibt in den USA, ein neues Paket jetzt auch durchzubekommen. Vor allem die Republikaner stellen sich ja da quer. Warum eigentlich? Warum ist es für die Republikaner so schwer? Oder sollte ich fragen, warum ist es für Donald Trump so schwer, die Ukraine weiter zu unterstützen? Ja, ich meine, wir müssen das, das ist ein längerer Prozess. Und das ist ja nicht nur eine Frage von Donald Trump. Natürlich sind die Verhältnisse, und alle wünschen wir uns, dass Biden hier in Europa und in Deutschland, dass Biden im Amt bleibt. Das ist aber nun mal nicht garantiert. Wir dürfen einfach nicht verschätzen, unterschätzen, wir haben das immer noch nicht, glaube ich, so richtig verstanden und begriffen, dass auch Amerika eine Zeitenwende durchlebt, einen großen Paradigmenwechsel erlebt. Und der hält schon einige Jahre jetzt an. Und das ist nicht nur, Trump ist nur ein Symptom für das, was im Moment am Ende des Tages in dem Land ohnehin passiert. Und die Republikaner sind auch nicht mehr die Republikaner. Die Republikaner sind in hohem Maße gespalten zwischen Trumpisten auf der einen Seite und dann denen, die vielleicht noch irgendwo an die Tradition anknüpfen, der alten republikanischen, der GOP, der großen Old Party, wie es immer so schön hieß. Und das müssen wir verstehen. Und das reicht nicht. Das reicht nicht, um die entsprechenden Mehrheitsverhältnisse zustande zu bringen, um diese Unterstützung zu generieren. Und die Bevölkerung ist auch nicht mehr dazu bereit. Es gibt einfach nicht mehr diese überwältigende Zustimmung, dass Amerika die Rolle des Weltpolizisten spielt, dass Amerika überall in die Presse springen soll für die Europäer. Das müssen wir verstehen. Deswegen ist das Gerede, egal wie, von Europa muss mehr tun, strategische Autonomie, wir müssen mehr liefern. Das ist nicht nur Gerede, wir müssen das ernst nehmen. Natürlich wollen wir die Amerikaner an Bord haben und mit im Boot haben, aber das ist nicht mehr garantiert. Vielen Dank, Herr Professor Fröhlich, bis hierhin. Professor Stefan Fröhlich nach wie vor bei uns im Studio. Das war ja ganz interessant, was MRT-Wesen da beschrieben hat, dass sich möglicherweise sozusagen die Unterstützung für die Ukraine hier und auf der anderen Seite des Atlantiks ein bisschen hochpushen könnte, um dann die Republikaner unter Druck zu setzen. Was halten Sie denn von dieser These? Ja, ich wäre etwas vorsichtig. Ich glaube auch nicht, dass es hier, also dass es da den Amerikanern jetzt hier in irgendeiner Form daran gelegen ist, dass sie sich nicht den Schneid abkaufen lassen wollen, wie das gerade so schön hieß. Grundsätzlich stimme ich der Analyse voll und ganz zu, aber in diesem Punkt, glaube ich, sollten wir nicht unterschätzen. Ich glaube nicht, dass der Druck dadurch merklich erhöht würde. Und denn es ist ja immer wieder zum Ausdruck gebracht worden, auch unter der beiden Administration, die Erwartungshaltung ist tatsächlich groß, dass die Europäer mehr leisten. Das haben wir ja eben auch noch mal gehört. Und das ist auch ganz essentiell. Und da sollte man vielleicht auch die Frage stellen, zu dieser Führung oder gemeinsamen Führung oder Partnerschaft in Führung, wie man so schön heißt, gehört tatsächlich aus Sicht der Amerikaner vielleicht auch die Erwartungshaltung, und da sind wir jetzt wieder bei der Bundesrepublik und beim Bundeskanzler, dass man vielleicht in entscheidenden Fragen, dass man die ja stellen muss, vielleicht auch einen mutigen Schritt vorangeht. Ich will mal das Beispiel Taurus nennen. Wir sind ja Marschflugkörper. Also die Frage, mit was unterstützen wir die Ukraine? Was will die Ukraine? Es nutzt uns nichts, wenn wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, ja, wir haben mehr getan. Wir haben das 52-Milliarden-Paket gestrickt. Und wir haben vor allen Dingen die Bundesrepublik, es ist der zweitgrößte Lieferant. Das ist alles richtig. Es ist auch richtig, Frankreich und Italien und Spanien daran zu erinnern, dass sie weitaus weniger tun. Aber die entscheidende Frage ist, was will die Ukraine? Und was die Ukraine schon länger fordert, im Moment ist das eigentlich sozusagen überholt. Denn dieser Stellungskrieg ist festgefahren. Und die Offensive geht auch in irgendeiner Form nicht weiter. Und die Waffen, die bis jetzt verlangt wurden, die jetzt auch vielleicht wiederum dadurch zu spät geliefert wurden, für eine weitere Offensive, die sind nicht da. Aber die werden weiter notwendig sein. Denn es darf und wird irgendwann, muss die Ukraine aus dieser Defensive, sozusagen aus diesem Stellungskrieg, auch ein Stück weit wieder herauskommen. Das sagen Sie und viele andere Experten sagen das auch. Aber der Kanzler spricht nur neuerdings, jedenfalls auf dieser Reise davon, die Ukraine darf nicht den Krieg verlieren. Ja, das ist richtig. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Insofern haben wir den Mut, diesen Schritt auch weiter zu gehen. Erstens müssen wir natürlich auch in der Lage sein, tatsächlich zu liefern. Also den Nachschub zu organisieren. Munition, die im Jahr in etwa der Bedarf, der liegt bei zwei Millionen, da sind wir weit im Moment von entfernt. Artillerierohre etc., die fairen Ersatzteile, die fehlen. Aber die Bundesregierung, gerade die Bundesregierung, war es ja fröhlich, die ja auch die Bestellung für Munition, die dringend fehlt an der Front, die diese Bestellung nicht auf den Weg gebracht hat, rechtzeitig. Das ist der Punkt. Ich sage, das wollte ich gerade sagen, das ist das Dilemma. Wir müssen in der Versorgung und in der Anschaffung schneller werden. Auf europäischer Ebene, die Bundesrepublik ohnehin. Wir haben europäische Rüstungsunternehmen, die das durchaus könnten. Und wir haben auch die finanziellen Mittel. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Entscheidend ist wirklich der politische Wille, hier gemeinsam an einem Strang zu ziehen und das zu liefern, was notwendig ist. Das können auch die Europäer bis zu einem gewissen Grad leisten. Die Verteidigung darüber hinaus und die Notwendigkeit, Amerika im Boot zu haben, das hat der Kanzler unmissverständlich klar gemacht. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Das gilt nach wie vor. Und insofern ist diese Reise auch wichtig und ist es auch wichtig, dass wir in Washington natürlich vorstellig werden. Aber Europa muss seinen Beitrag diesbezüglich stärker leisten, noch stärker leisten, weil wir für den Fall uns wappnen müssen. Zwischen dem, was Donald Trump so von sich gibt, und wir haben im Laufe dieser Woche so einige O-Töne rund um den Supreme Court, aber rund um die Weltlage, die er dann ja immer ins Visier nimmt, gesendet. Zwischen dem, was eben Trump so von sich gibt und zwischen dem, was Joe Biden von sich gibt, da liegen ja Welten zwischen. Also der eine will sozusagen die NATO noch weiter stärken mit den Europäern zusammen. Der andere, da weißt du gar nicht, was der übermorgen macht. Sollte es in Europa beispielsweise zum Kriegsfall kommen. Wie hält das die amerikanische Wählerschaft aus? Geschweige denn die amerikanische Öffentlichkeit. Das ist ja eine unglaubliche Spanne. Oder ist es so, dass das, was das eine Lager erzählt, das andere gar nicht mehr hört? Im Moment ist es tatsächlich ein Stück weit so. Leider. Letzteres. Ich meine, wir dürfen das Einzige, und die Hoffnung besteht natürlich bei uns darin, dass wir sagen, ich hatte eben schon mal angedeutet, die republikanische Partei ist nicht mehr die republikanische Partei. Und Trump hat bei aller Unterstützung, er wird ja Kandidat sein, aber er hat bei vielen, trotz allem, bei vielen Republikanern die Rückendeckung nicht. Auch vielleicht bei wirklich nach wie vor Unentschlossenen, wenn es um die sogenannten Popular Votes geht am Ende des Tages bei den Wahlen. Das ist die Hoffnung. Aber jetzt steht auf einem anderen Blatt, auf jeden Fall ist das Land natürlich extrem gespalten in dieser Frage. Wir sollten aber nicht unterschätzen, dass ich sage, noch mal, bei Umfragen, unter Umfragen, gerade bei Republikanern, mehrheitlich bei den Demokraten ist die Unterstützung nach wie vor groß. Für die NATO, für die Hilfe der Ukraine. Bei den Republikanern ist das nicht mehr der Fall. Da ist eine leichte Mehrheit mittlerweile im Begriff zu kippen. Und will diese Unterstützung in dieser Form nicht mehr. Das muss man ernst nehmen. Und das ist tatsächlich das Dilemma. Das Land ist in dieser Frage schon erheblich gespalten. Ihre Erfahrung aus den Analysen der Politikwissenschaft, wo, in welchem Bereich der Bevölkerung wird die Wahl entschieden? Auch diese Wahl im November 2024? Sie wird einmal mehr natürlich bei den sogenannten Unentschlossenen entschieden. Daran gibt es gar keinen Zweifel. Ich würde das, was jetzt in den Staaten ist, es ist ja eigentlich mehr um die Frage, wer ist sozusagen der Kandidat, dass es immer mehr sich verdichtet, dass Trump der Kandidat sein wird. Daran gibt es keinen Zweifel. Ob ihn in irgendeiner Form, darüber würde ich gar nicht spekulieren, Gerichte noch aufhalten können, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ob das in irgendeiner Form, darauf setzen wir die Hoffnung, ich glaube da ehrlich gesagt nicht so ganz dran. Wir müssen uns dem stellen. Ich glaube, mit Blick auf die Popular Votes hat, weil die Republikaner nicht so geschlossen hinter diesem Kandidaten stehen, glaube ich, dass es eine Chance gibt, dort doch einen Vorteil, oder sehe ich einen Vorteil, das ist natürlich alles Spekulation, muss man vorsichtig sein, aber sehe ich einen Vorteil, trotz allem noch für die Demokraten. Aber das heißt im Moment, wir wissen, dass das nicht allein entscheidend ist. Die Staaten, die entscheidend, muss man gewinnen. Das ist das komplizierte Wahlsystem. Das heißt noch nichts über den Ausgang am Ende. Ja, und vielleicht gibt es ja einen ganz anderen Faktor, der über die Wahl entscheidet, nämlich das Alter. Wir reden gleich weiter. Sie ahnen, worauf ich hinaus will. Denn Joe Biden, liebe Zuschauer, der mag es überhaupt nicht, wenn über sein Alter und eine vermeintliche Gedächtnis oder über vermeintliche Gedächtnislücken gesprochen oder gar gespottet wird. Gestern gab es dazu neues Futter in einem Bericht eines Sonderermittlers. Biden reagierte regelrecht wütend, weil darin das Erinnerungsvermögen des 81-Jährigen infrage gestellt wurde. Und man muss vielleicht noch hinzufügen, Herr Professor Fröhlich, Donald Trump hat es gestern natürlich sofort aufgegriffen, hat es ja auf seine unnachahmliche, auf seine, ich will fast sagen, ekelhafte Art sich darüber lustig gemacht. Aber trotzdem, er hat diese Probleme, also Joe Biden hat diese Probleme. Und man fragt sich natürlich auch als neutraler Beobachter, sollte dieser Mann Präsident werden, das werden sich doch die amerikanischen Wähler, selbst wenn sie Sympathien haben oder haben sollten für Biden, auch fragen, oder? Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist ja auch, daran gibt es überhaupt keinen Zweifel, das ist auch in der demokratischen Partei natürlich, und den Demokraten ein, das Thema. Und ich glaube tatsächlich, dass das das größte Hindernis sein könnte und das größte Problem, das am meisten drüben auch im politischen Washington diskutiert wird. Und natürlich liefert der Präsident tatsächlich immer wieder mal hier und da Anlässe. So etwas wie gestern, was wir eben gehört haben, ist natürlich schrecklich im Moment. Das Wasser auf die Mühlen wird dankbar aufgegriffen und bestätigt einmal mehr. Man muss sich das ja mal vor Augen führen, die Situation im Land, die ist ja objektiv betrachtet, sind ja die Daten, die Wirtschaftsdaten für die Amerikaner im Moment, das ist ja alles nicht schlecht. Und dieser Präsident hat auch keine schlechte Figur abgegeben bis jetzt, was die globalen, also die großen Krisen, Ukraine etc., auch im Nahen und Mittleren Osten, obwohl er natürlich aus der einen oder anderen Richtung den Druck bekommt, das ist gar keine Frage. Aber das liegt an der Polarisierung des Landes. Das hat nicht unbedingt nur was mit der mangelnden Führung des Präsidenten zu tun, trotz aber solcher Erfolge und objektiv eigentlich relativ guter Daten für die Amerikaner im Moment. Und das heißt ja immer so schön, am Ende entscheidet die Wirtschaft, auch bei den Wahlkämpfen, ist die Popularität so gering und steht ja in den Umfragen so schlecht eigentlich da. Oder sehr viel schlechter, als die Bilanz es eigentlich vermuten lassen würde. Und das weist eben auf das Kernproblem hin und das Alter ist tatsächlich eine. Aber warum, ich bin versucht zu fragen, warum zur Hölle stellen die Demokraten ihn dann auf? Ja, also da kann ich eigentlich, das ist eine vielleicht unbefriedigende Antwort auch für die Zuhörer und Zuschauer. Aber es ist tatsächlich so, dass man in den USA sagt, es ist sowas in den Parteienübergreifend, sowas wie ein ungeschriebenes Gesetz, einen Präsidenten, der eine zweite Amtszeit anstrebt, den fordert man nicht heraus. Punkt. Und deshalb tritt er an. Er hat, glaube ich, auch gesagt, solange Trump der Kandidat ist, wird er sozusagen stehen, oder? Ja, und er hat das eigentlich, dieses Narrativ ist ja auch so ein Stück weit in der demokratischen Partei dann immer wieder kolportiert worden. Also er ist derjenige welche, er hat es einmal geschafft, er wird es auch nochmal schaffen. Also wenn es auf ihn hinausläuft, dann ist er immer noch der beste Kandidat. Also ich meine, das ist für mich nicht das zentrale Argument. Es ist eher tatsächlich die Zurückhaltung, die man sich auferlegt, dass man einen Präsidenten, der zu einer zweiten Amtszeit antritt oder für eine zweite, dass man ihn nicht herausfordert. Sie haben die Ökonomie schon angesprochen, der Wahlkampf ist ja quasi schon im Gange. Es gibt ein weiteres, wirklich riesiges Thema, was in den Staaten eine Rolle spielt. Das ist nämlich dieser Konflikt an der Grenze zu Mexiko. Da geht es um einen Konflikt zwischen einem oder mehreren Bundesstaaten, ganz vorne, glaube ich, Texas, und sozusagen dem Bund in Washington. Wie sehen da die Konfliktlinien aus? Naja gut, das ist ja ein Dauerbrenner. Also ich würde sagen, es gibt in den USA so zwei, drei innenpolitische Themen. Die sind seit den letzten Wahlkämpfen immer ein Thema gewesen. Von der Gesundheitsreform angefangen bis jetzt in den letzten Jahren. Klimaschutzfragen etc. und die Wirtschaft. Und wenn es um, ich meine, das ist ja ein innen- wie außenpolitisches Thema, wenn es um den Schutz der Grenzen geht, oder wenn Sie so wollen, zu dem stilisiert es ja Trump hoch, also Frage der nationalen Sicherheit, ist die Migration und die illegale Migration in den letzten zwei, anderthalb Jahrzehnten, nach meiner Erinnerung, wenn ich das verfolge und die Wahlkämpfe, immer ein Thema gewesen. Und der Zustrom ist ja auch ein, es ist, ich meine, wir haben das gleiche Problem, ja hierzulande und wir haben es in Europa. Und eigentlich sind die Situationen erstaunlich ähnlich, wenn man mal genau hinschaut. Also was sind unsere Dauerprobleme im Moment und was macht bei uns, wollen wir uns nichts vormachen, was macht bei uns AfD und was macht Rechtspopulisten stark? Es ist vor allen Dingen, die Umfragen zeigen es ja sehr, sehr deutlich, es ist das Thema Migration, man muss es benennen, es ist so. So, und das ist in Amerika genauso, wenn Sie mal genau hinschauen, oder ein ganz, ganz zentrales Thema. Und Trump weiß ganz genau, warum er das auch verknüpft hat mit diesem Paket und warum er nicht lockerlassen will an dieser Stelle und dieses Thema in irgendeiner Form dadurch wachhalten will und am Köcheln hält. Deswegen interveniert er ja so im Kongress, weil dieses, deswegen hat man es im Kongress zwar jetzt aufgeschnürt, sehr zum Leidwesen von Trump, das sieht er gar nicht gern, denn im Grunde genommen will er diese Kopplung halten und will im Grunde genommen diese Lösung auch bis zum Wahlkampf gar nicht haben, weil das die Seele kochen lässt bei den Republikanern. Also wie es da weitergeht und ob es nochmal ein Gesamtpaket oder einzelne Punkte auch dann für die Ukraine geben wird, ist ja jetzt offen. Ich würde zum Schluss unseres Gesprächs gerne nochmal zurückkommen zu dem Besuch des Bundeskanzlers dort, der ja jetzt beendet worden ist, sozusagen vor ein paar Minuten. Der Kanzler ist ja nicht gerade aus einer inpolitischen Situation der Stärke dorthin gereist. Die Ampel ist in dem Zustand, in dem sie nun mal ist. Seine Umfragen sind im Keller. Trotzdem, außenpolitisch gesehen, hat er im Vorfeld dieser Reise ja versucht, den europäischen Partnern und Verbündeten ja ins Stammbuch zu schreiben, ihr müsst die Ukraine mehr unterstützen. Jetzt stehen wir vor einem wichtigen NATO-Treffen, aber zuvor auch vor der Münchner Sicherheitskonferenz. Halten Sie es für möglich, dass der Kanzler mit dem Joe Biden da irgendwie einen Deal gemacht hat, gesprochen hat über bestimmte, vielleicht sogar Waffensysteme und damit rauskommt, im Umfang, im Zusammenhang mit der Sicherheitskonferenz in München oder ist es von der Mentalität Scholz auszuschließen? Das wäre eine große Überraschung und es wäre auch nicht nur von Seiten der Bundesrepublik, sondern ich glaube auch nicht, dass Joe Biden bis jetzt von diesem Standpunkt abgewichen ist. In irgendeiner Form die Frage, sagen wir mal, der Waffenlieferung, was, das, was ich eben schon angesprochen habe, was bedarf es im Moment ganz konkret? Da halten sich die Amerikaner ja auch nach wie vor zurück und da ziehen die beiden ja an einem Strang. Also es wäre schon viel gewonnen, auch bei der Sicherheitskonferenz, wirklich, wenn ein gemeinsames Signal käme oder kommen könnte und wenn wir bis dahin tatsächlich vielleicht ein Ergebnis bekämen im Kongress, dass der Präsident mit dem Gepäck hat. Ich habe im Moment meine Zweifel. Deswegen ist es trotzdem natürlich unerlässig und richtig, dass der Kanzler da war und dass man im Moment dieses Thema, ich glaube auch, dass es ihm nur recht sein kann und es auch uns ein bisschen vielleicht da rausbringt, auch diese Ampel, auch die Koalition im Moment, ganz ehrlich von außen betrachtet, hat natürlich auch das den Eindruck, dass man sich in innenpolitischen Themen und in klein, klein, die Frage eben Schuldenbremse hier und da, dass man sich darin verliert und die großen Herausforderungen, die in diesem Jahr anstehen, dass man die aus dem Auge verliert und dazu gehören diese außenpolitischen und das muss aufs Tapet. Und das, glaube ich, hat auch der Kanzler erkannt und deswegen sind die Botschaften hier auch durchaus natürlich richtig. Professor Fröhlich, ich sage herzlichen Dank für Ihren Besuch an diesem späten Freitagabend im Phoenix-Studio und danke für Ihre Analysen.